Ich habe natürlich schon einen gewissen Druck, aber während der Abend selber habe ich nicht daran gedacht. Ja, wir sind eine Band, die sich so wahnsinnig über aussen definiert. Also ich meine, als Band ist es einfach interessant, du willst dich steigern, das machst du für dich. Also mach das nicht für die Leute von aussen. Also irgendwie, klar ist es toll, wenn die Leute finden, das ist jetzt noch besser und so, aber irgendwie willst du ja für dich mehr dazulernen, sonst wird es langweilig. Wie sieht denn der Entstehungsprozess aus jetzt, gerade bei dieser neuen Platte? Wer hat da wie viel zu sagen bei euch? Wir sind zu dritt. Ist da nur jemand am Songwriten oder habt ihr auch noch etwas zu sagen oder wie sieht das aus? Wir prügeln uns immer. Vor allem prügeln? Nein, nein, nein. Wir sind entscheidend. Aber die, die gewinnt, entscheiden darf. Das ist aber cool. Also die Basisdemokratie... Für uns gilt noch das Kunstrecht. Jetzt wissen wir eine reine Frauenband. Wenn man euch das so anschaut, ist es wirklich einfach zu kennen. Ist das ein Teil des Konzepts gewesen? Also wir hatten ein kleines Konzept, das wir angefangen haben. Wir haben mit 16 Jahren angefangen. Also das Konzept war, das ist geil in der Bette. Darum machen wir das, oder? Ist das cool? Ist das wirklich so klicken? Ja. Wir wollten Musik machen. Ganz ursprünglich. Und später haben wir, nach der Auflösung von Sabro Band, hat Nadja wieder angefangen, Musik zu machen mit Anna. Und man hat wieder Leute gesucht, um Musik zu machen. Und ist auf uns gekommen. Aber sicher nicht als Konzept. Okay. Aber stehen jetzt an einem Konzert, fahre ich jetzt die Männer in den ersten paar Reihen und ... ... oder wie soll das das anstellen? Wir reden von glückenden Männern, von Boxershorts, von Groupies in Backslash. Ja, es hat sicher damit zu tun, wie man auftritt. Also wir sind nicht die Art von Frauen, die sich extrem auf das anlehnt. Okay. Soll ich Schochling natürlich? Ja. Das spielt mit dem Hohenzahn. Mit dem Röckli. Nein. Das ist doch eine Teenie-Band. Okay. Also Teenie-Band, schauen wir mal. Wir spielen jetzt auch mit Klippler, wo wir stöbern. Wir sind eigentlich alle im besten Alter, um Kinder zu kriegen. Und wenn ich dich anschaue, du bist schwanger, du kriegst ein Kind, wie sieht das aus mit dem Projekt Rosebud jetzt gerade für dich? Oder was bedeutet das für das Projekt Rosebud? Ich glaube, es wird einfach wie alles, was ein Kind bekommt, ein bisschen schwieriger oder aufwendiger zu organisieren, als es eh schon ist. Aha. Wir freuen uns. Das heißt, wenn sie jetzt auch noch schwanger werden würde, würde sie sicher ins Wasser gehen. Also wenn sie jetzt auch noch schwanger wären, wäre es kein Sex, denn dann wären alle miteinander schwanger. Das wäre doch cool. Das Problem ist eben, wenn die einen oder andere ein Jahr später und dann ein Jahr später noch mal eine. Also ein bisschen Pause gibt es schon für die Beine, aber ich denke... Aber wir gehen dann irgendwie mal auf die Tournee und dann wirst du mit schwangeren Bauch auf der Bühne stehen? Ja, also meine Tournee ist schon losgegangen, ja. Mhm. Okay, okay. Ihr könnt ja alle drei nebendran arbeiten. Was für eine Rolle nimmt bei Rosebud ein? Für mich eine sehr grosse Rolle. Also ich habe schon meinen 50%-Job, der ziemlich klar definiert ist, wann der stattfindet. Und die restliche Zeit, v.a. im Moment, brauche ich schon fast ausschließlich für Rosebud. Und was machst du genau dann neben der Schule? Ich bin in der Schule. Okay. Und ähm... In der Regel schaue ich, dass es sich nicht vermischt. Aber manchmal ist es nicht möglich. Und wie ist das bei den anderen? Ich glaube ja. Ja, also... Wir haben es eigentlich alle recht gut zeitlang organisieren können, dass wir alle am Montag bis Mittwoch arbeiten. Und alle 50-60% also das eigentlich optimal passt. Aber ist Rosebud eher so ein Hobby, das gut ist? Oder nicht? Nein. Wir investieren auch. Und es ist auch... Ja, es ist nicht einfach, dass das irgendwo einen Teilzeitjob und Geld verdienen und Band. Und... Aber ähm... Es ist klar, die Band hat eine sehr wichtige Rolle. Was läuft als nächstes Jahr? Jetzt gerade? Als nächstes ist mal unsere Platentaufe im Abarth, in Zürich. Und dann geht es weiter mit unserer Tour. Also wir spielen in der ganzen Schweiz. Durch den Sommer einfach. Bis Ende Juni. Mhm. Dann gibt es erst mal eine Pause bis... Im Herbst. Bis... Bis... Und Songs werden sicher auch entstehen. Also es ist einfach sicher eine Pause. Wir proben nicht, wie die Wilden irgendwie und gehen nicht auf die Bühne während der Zeit. Hey, super. Ich wünsche euch alles gute Zukunft. Danke. Gut ausgetragen, wenn es so weit ist. Und ähm... Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.